Über 60.000 Zuschauer, Feenma Schmidt über 25.000 zum Stadion, die Osteuropäer haben an Corona offenbar einen Haken gemacht. Doch am Ende reicht's nicht für einen Punkt, gegen Titelverteidiger Portugal kassiert der krasse Außenseite eine späten 0 zu 3 Pleite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017